... Atmosphäre hier schaffen? Nein. Wohl doch, mittlerweile... Naja, im Moment... ...sind wir eh noch nicht auf der Liste der gefährdeten Arten. Außer, dass wir uns schon wieder hier... ...verlaufen haben. Alter, diese Kackdinger. Komm. Komm. Sackgasse. Sah zumindest so aus. Aber ich suche erstmal den Weg hier wieder raus. Wo wir sind einmal drin? Und... Ideen sind dazu da, möglichst schnell verworfen zu... Ja, da hätten wir auch sofort da runter gehen können. Oder? Da oben war eine Fackel, ne? Da, ja. So, dann werden wir erstmal Rohstoffe hier einsammeln. Nebenbei erwähnt, wir kommen hier sowieso nie wieder raus. Aber dafür können wir hier reichlich einsammeln, bevor wir sterben. Damit es sich auch lohnt, dass wir uns aufregen. Okay. So, pass auf. Das machen wir erstmal zu. Ich höre es doch schon wieder. Ja, ich höre euch doch. Lava. War hier noch? Ja, Eisen. Auch in der Decke habe ich ja auch gesehen. Nehmen wir natürlich auch mit. Gold, Gold, Gold. Ich weiß gar nicht, warum ich mich über so über das Gold freue. Wann waren wir hier drin? So, pass auf. Dann gehen wir runter. Und dann geht es hier weiter. Da buddeln wir uns mal dran vorbei. Und dann geht es hier vorbei. So. Redstone. Stimmt, wir hatten ja auch so viel Redstone, hatte ich gesehen. Ach, habe ich das Eisen jetzt in der Decke hängen lassen? Ich blödmann. Ja, ne? Lass mal nochmal zurück. Wo war der Redstone? Da. Äh, warte. Ne, da nicht. Da kamen wir her. Dachte ich mir doch, das haben wir. Oh, die Musik schafft jetzt aber doch schon eine etwas andere Atmosphäre hier. So. Was machen wir denn jetzt? Hm. Gehen wir mal da hoch. Ist das Lava oder waren wir da? Komm, wir schwimmen mal. Schwimmen, schwimmen, schwimmen hier mal durch. Machen wir das Ding mal da oben dicht. Entschuldigung. Ich mache gleich Licht an. Geh da. Hoch. Hoch. Ah, das sind Fackeln. Da waren wir gerade. Da sind Fackeln. Da ist Eisen. Ach so, dann sind wir hier. Gut. Ja, wir wollten sowieso jetzt nochmal so ein bisschen rumlaufen. Aber ich glaube, wenn wir Diamanten finden wollen, müssen wir uns, oh, nach unten arbeiten. Aber wir brauchen viel an Rohstoffen. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir kriegen. Ganz klar. Dementsprechend lang werden wir hier wohl auch wahrscheinlich drin hängen. Aber gut, dass wir nach unten gehen. So, ich leuchte erstmal aus hier. Oh, Zombie. Mr. Zombie. Give me a dream. Ach ne, Mr. Sandman. Pass auf, dann essen wir jetzt erstmal was. Ich höre doch da was. Irgendwo hier in der Nähe röchelt es. Alter, wo ist der denn? Wo ist... Hallo? 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 Deckung? Alter? Penner? Läuft der uns nach? Ja, der auch. Du machst mir irgendwie gar keine Angst mehr. Wie gesagt, Zombies, Skelette und Spinnen vor allen Dingen. Spinnen. So, unten haben wir auch noch Eisen im Boden. Ich gucke gerade mal. Ja. Zeit sieht auch gut aus. Wir haben nämlich noch welche... Oh, ein Enderman. Brauchen wir eine Enderperle? Oh, das ging aber schnell. Haben wir eine Enderperle? Nein. Natürlich nicht. Alter, die Musik. Hast du eine Enderperle für uns? Ja, der hat eine Enderperle. Ich freue mir ihren Ast ab. Äh. Wie kann der sich jetzt aufregen? Der ist tot. Ja, und gerade nach unten buddeln ist immer das Gesündeste. Was man machen kann, kann ich jedem nur empfehlen. Empfehlen, empfehlen. So, was haben wir hier? Eine Sackgasse, aber Kohle. 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 Und Kohle. Und XP. Eine Menge XP. Ja, wir müssen noch... Okay. Auf die Eisenspitzhacken. Ach, nein. Haben wir... Ich habe kein Holz mitgenommen. Ich blöd, Mann. Wir haben auch keine Werkbank. Na toll. Dann hoffen wir, dass wir auf den Minenschacht stoßen. Alter. Ah, die Geräusche hier. So. Ich höre eine Spinne. Gehen wir mal da oben rein. Ich weiß, ich renne hier viel zu schnell durch. Aber wir haben uns auch schon... Wir brauchen uns auch nicht mehr zu verlaufen. Das haben wir schon. Ach, da ist die Lava. Die machen wir mal eben zu. Das wird es hier natürlich gleich dementsprechend duster. Also stellen wir auch mal ein paar Fackeln auf. Und hoffen, dass uns jetzt kein Skelett hier reinschießt. Wo geht es? Ach so, da oben waren wir gerade, ne? Ja. Ach, da geht es noch ein höher. Aha. 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 So. Und machen wir das mal dicht hier. Haben wir 64 Fackeln gleich verbraten. Aber wir haben noch 64 Stickis. Die Kohle nehmen wir erstmal mit. Gucken. Einmal so um die Ecke. Ne, Redstone ist uninteressant im Moment. Wir werden zwar irgendwie noch mit Redstone bauen. Aber noch nicht jetzt. Und wir werden ja auch nicht das letzte Mal in so einer Höhle sein. Oder wir nehmen Redstone mit. Auf jeden Fall nicht der so. Kein Redstone, der so dicht an der Lava ist. Ähm. Äh, du bist ja hässlich. Alter, was hast denn du für ein Auge? Warte, ich pupel dir das mal raus. Was? 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 Da ist ein Spawner. Hundertprozentig. Hundertpro ist hier ein Spawner. Hinterhalter, krepier doch endlich. Oder war das jetzt... Hallo? Wieso kamen da jetzt drei Stück raus? Hier ist hundertprozentig ein Spawner. Mhm. Ein Spawner. Hundertprozentig. Ne, ne, ne. Labersack. Aber wieso kamen da jetzt drei aus der Ecke? Und so dicht hintereinander vor allen Dingen? Sollte unser Problem doch noch nicht behoben sein, kam das doch nicht durch den Moocreatures? Dann bauen wir den natürlich wieder ein. Oh ne, dann haben wir wieder die Wölfe hier am rumlaufen. Hallo? Lapislazuli nehmen wir natürlich auch mit. Wir könnten... Ne, das Haus im Blau? Ich weiß nicht. Ne. Ja, pass auf. Und jetzt hüpft uns ein Creeper auf den Kopf und das war's dann. Ich geh erstmal hier in Deckung. Alter! Gibt's das auch? Ich glaub, ich sitz auch viel zu weit vom Mikro wieder weg. Entschuldigung. Muss ich gleich versuchen, das auszusteuern, falls es zu leise ist. Weil ich muss mir mein eigenes Gesülze ja auch anhören. Die letzte Spitzhacke. Wir müssen raus hier. Aber wir müssen jetzt diesen Minenschacht finden. Weil sonst kommen wir hier nicht mehr weit. Weil wir könnten auch die Diamantspitzhacke nehmen, aber das würde ich jetzt im Moment noch sehr ungerne tun. Ach, da ist ja noch einer. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Obwohl, zwei kann man das nicht nennen hier. Alter. Ja, und dann so unnötig verschwenden. Da ist Eisen in der Decke. Wir müssen den Weg hier rausfinden. Also, dann gehen wir jetzt mal durch die Beleuchteten. Unbeleuchtet lassen wir jetzt erstmal. Wir kommen sowieso nochmal wieder, hab ich das Gefühl. Dann sollten wir uns nach oben arbeiten. So, dann gehen wir hier durch. Ah ja, stimmt. Hier war jener. Äh, Sackgasse. Oder kamen wir von oben? Ne, 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 ne. Nein, nein, nein. Äh. Kamen wir von hier unten? Au. Ja, ich glaube, wir kamen ja, guck mal, hier ist sogar noch Kohle in der Decke. Dabei fällt mir ein, ich muss auch noch die Folge für morgen rendern. Die ist nämlich auch noch nicht fertig. Äh, pass auf. Wir, ne, Moment, 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 Moment. Ganz cool bleiben jetzt. Wir kamen von hier unten. Gingen dann, ach guck mal, ein Skelett. Ich glaube, das Wasser kam. Aua. Krippier. Ich glaube, wir kamen von da oben. Müssen wir eben was essen. Oh, Level 16. Wir sind jetzt zum Sterben prädestiniert, aber wir kamen nicht. Doch da oben ist beleuchtet. Oder ist das Lava? Komm, schwimm, schwimm, schwimm. Äh. Äh, willst du mich verarschen? Da ist Lava. Aber wir gehen hier, warte, 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 warte. Wir schwimmen hier hoch. In der Hoffnung, dass es hier nach oben weiter geht. Alter, was, wie hüpft denn der jetzt? Ne, aber hier kamen wir nicht her. Ich lasse die Kohle mal drin. Auch das Eisen mal eben. Das dichten wir mal ab hier. Hm, wo kamen wir her? Will jetzt auch nicht verbrennen hier unbedingt. Wir ackern uns mal hier hoch. Da geht's nach unten. Ich glaub, wir gehen auch in die völlig falsche Richtung, ne? Ja, wir müssen zurück. So, wenn ich jetzt einfach mal scherzhaft, nur mal ganz blöd, Waypoints, die Schlucht einschalte, dann sind wir nur 85 Meter davon entfernt. und zwar in diese Richtung. Müssen wir hier unten durch. Gehen dann nach da. Ich hab das noch nie ausprobiert, ob das geht. Äh, äh, ich will jetzt auch nicht unbedingt hier, doch. Au. Die Richtung stimmt, oder? Wir sind fast da. Das heißt, wir könnten da lang. Äh, wir müssen hier einen Weg finden, der in diese Richtung verläuft. Nein, wir gehen in die falsche Richtung. Wo geht's hier oben hin? Kamen wir hier eventuell?